Hallo und herzlich willkommen zu SchrankTV. Derzeit hat es den Anschein, dass immer mehr Lügen an die Oberfläche kommen. Nach der Flüchtlingslüge platzt gerade die nächste Blase, das ist die Klimalüge. Schauen wir uns aber die Mainstream-Medien an, da sieht es so aus, dass Donald Trump zum absoluten Bösewicht auf dieser Welt avanciert ist. Es wird alles probiert, ihn zu defamieren. Aktuellster Fall ist, dass geschrieben worden ist, dass Donald Trump das Pariser Klimaabkommen verlassen hat und damit quasi selbst die Umwelt ihm völlig egal ist. Die wenigsten wissen, es ist schon fast ein Witz, dass die USA gar nicht austreten konnten aus dem Pariser Klimaabkommen, denn sie waren dort nie drin, sie waren dort nie Mitglied. Das wird natürlich in den Medien verschwiegen. Es wird alles momentan unternommen, aber wirklich alles, dass die Menschen diese große Lüge glauben, da wird alles in die Waagschale geschmissen. Da wird selbst Hollywood-Schauspieler rangekarrt, von Leonardo Cabrio bis Arnold Schwarzenegger. Die demokratischen Politiker weltweit sind auch alle mit dabei. Da wird gesagt, dass der französische Präsident Macron, der letztendlich auch nur eine Marionette der Hochfinanz ist, dabei ist, die europäischen Staaten anzuführen gegen den bösen Trump, wenn es um diese Klimageschichte geht. Und das alles nur, weil man die Skeptiker mundtot machen möchte, um wirklich an ihre Wahrheit zu glauben. Letztendlich, um was geht es denn? Es geht um CO2. Es ist ein ganz natürliches Gas, was wir alle täglich ausatmen und die Pflanzen um uns herum es aufnehmen, über die Photosynthese zu Zucker und Sauerstoff wieder abgeben. Also völlig natürlich. Was ist daran jetzt so schlimm? Was natürlich verschwiegen wird von den Befürwortern dieser angeblichen Klimakatastrophe? Es wird verschwiegen, dass wir Menschen, also menschengemachter CO2-Ausstoß nur vier Prozent ausmacht, wovon zwei Prozent durch unsere Ausatmung quasi in die Atmosphäre fließt. Und die restlichen 96 Prozent, die werden von den Weltmeeren, von Vulkanen und von der Natur abgegeben. Also ein ganz, ganz geringer Anteil ist Tatsache nur von uns Menschen. Und wenn wir uns beispielsweise Gärtner angucken, die eine Gärtnerei besitzen, die machen teilweise eins, die erwerben CO2-Generatoren, die quasi in ihrem Treibhaus den CO2-Anteil um das Vierfache circa steigern, damit nämlich die Pflanzen üppiger und schneller wachsen. Das sind aber Punkte, die wahrscheinlich Donald Trump nicht entgangen sind, aber uns einsuggeriert wird, dass es doch angeblich anders sein soll. Und letztendlich müssen wir alle für diesen Wahnsinn zahlen und speziell die Autofahrer. Jeder weiß ja, dass gerade für diesen Umweltschutz, für diese Klimageschichte die Autofahrer zur Kasse gebeten werden. Wenn wir uns aber beispielsweise eine aktuelle Studie anschauen, da gab es eine Energie-, also eine Weltenergiekonferenz, die festgestellt haben, dass, man muss sich das mal vorstellen, 400 Containerschiffe auf den Weltmeeren so viel CO2 abgeben, wie alle Autos auf der Welt zusammen. Und das sind circa eine Milliarde Autos mittlerweile. Muss man sich mal vorstellen, diese Verhältnismäßigkeit und warum ist das so? Weil es ein Riesengeschäft ist. Ein Riesengeschäft. Alleine Deutschland kostet das 50 Milliarden, nicht uns, sondern den Steuerzahler. Also nicht Deutschland als Land, sondern letztendlich uns, dem Steuerzahler. Da gibt es Unternehmen, da gibt es Leute wie Al Gore und wie George Soros, die richtig viel Geld damit verdienen. Und deswegen muss diese Lüge standhaft nach oben gehalten werden. Aber es ist so, dass immer mehr, wie gesagt, ans Tageslicht kommt. Aktuelles Beispiel per gestern. Auf meinem YouTube-Kanal haben wir einen zehn Jahre alten Bericht von Spiegel, Spiegel TV, der Klimaschwindel hochgeladen, eine Sieben-Minuten-Sequenz. Die wurde dann auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite gepostet. Innerhalb von ein, zwei Stunden waren über 4.000 Aufrufe und auf einmal wurde das Video gesperrt, weil Spiegel TV wegen Urheberrechtsverletzung sagte, nee, wollen wir nicht. Die Screenshots davon sind alle auf meiner Facebook-Seite drauf, könnt ihr reinschauen, steht eindeutig drauf, weltweit ist das Video gesperrt. Aber diese Menschen denken, dass die uns Aktivisten irgendwie einschüchtern können. Guckt euch den Verlauf an auf meiner Facebook-Seite. Ein Wahnsinn, was danach passiert ist. Andere haben dieses Video runtergeladen auf ihren Computer, haben es auf ihren Kanal hochgeladen, der natürlich nicht so viel Traffic hat wie wir. Dann sind andere auf diesen Kanal gegangen. Also man versucht letztendlich vergeblich die Tube, die Zahnpastertube, die eigentlich schon ausgedrückt ist, das alles wieder reinzuschieben in diese Tube. Das wird nicht mehr funktionieren. Und das ist die gute Nachricht des Tages. Ein anderer Punkt derzeit ist der Terror. Um uns herum, die Menschen sind in panischer Angst. Permanent, sollte man Mainstream noch gucken, hat man das Gefühl, dass fast stündlich irgendwo Terrormeldungen rübergegeben werden mit vielen Toten. Darüber wird derzeit eins gemacht. Der Abbau der Menschenrechte sowie auch die Freiheitsrechte ist extrem im hohen Gange. Einer derjenigen, der das extrem forciert, ist der Justizminister Heiko Maas. Der versucht mit seinem Internetgesetz genau gegen diese Leute vorzugehen, also wie wir beispielsweise, die Tatsache, die Wahrheit sagen, die nach außen hin das System, den Mainstream angreifen. Offiziell nennt sich das Fake News, Wut, Nachrichten, Hassbotschaften etc. pp. Dass dieses System aber massiv ins Wanken kommt, sieht man schon an dieser lächerlichen Darstellung der ARD, die vor ca. einer Woche doch mit dieser Staffel kam, sag's mir ins Gesicht. Klingt dir erst mal toll, wenn da eine Anja Rechke steht und sagt, hey, ihr habt vorher im Internet über uns hergezogen, aber jetzt könnt ihr es mir mal sagen. Letztendlich kommen sie mittlerweile aus dem großen, hohen Olymp, kommen sie runter, sie wollen sich niemals mit euch unterhalten. Man tut so. Ich hatte darüber ein Newsletter geschrieben, über die Thematik, wo genau drin stand, wie mit welchen psychologischen Tricks dort vorgegangen worden ist. Man hat es auch an den Anrufern gesehen, innerhalb von zwei, drei Minuten wurden die Leute abgewatscht und im Endeffekt alle Sachen, die wirklich systemrelevant sind, wurden überhaupt gar nicht angesprochen. Viel wichtiger ist aber, dass wir erkennen, worauf wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit richten, dass Angst letztendlich nur dazu benutzt wird, uns zu kontrollieren. Und die Menschen, die so wie ich auch seit Jahren keine Mainstream-Medien mehr konsumieren, die wissen, von was ich rede. Weil die Welt ist immer abhängig vom Beobachter, vom Betrachter. Sagte nicht nur Buddha oder die Quantenphysiker, die das festgestellt haben, das ist so. Jetzt muss man sich nur überlegen, fühle ich mich denn gut? Wenn ich mir die täglichen Meldungen reinziehe, Mord, Totschlag, dann habe ich das Gefühl letztendlich, dass eigentlich eine Million Menschen schon fast umgekommen sind, bei irgendwelchen Terroranschlägen. Bekomme aber nicht mit, dass vor circa ein Jahr eine Million Kinder, Schulkinder in Thailand, eine Million meditiert haben für den Frieden. Diese Botschaft kam nirgendwo in den öffentlichen Medien. Und deswegen ist wichtig, denkt mal darüber nach. Das, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet, das wächst. Für alle die von euch, die meinem Aufruf gefolgt sind und quasi im GZ-Bereich, die mein Buch gelesen haben, die GZ-Lüge, da ist ja die große Anleitung hinten drin, wo wir sagen, einen Antrag zu stellen aus Gewissensgründen. Eine kurze Botschaft in eigener Sache, ich habe geklagt mittlerweile, also die Klage wurde angenommen vor Gericht und hatte vor zwei Tagen Post erhalten, in dem drin stand, dass die Vollstreckungsstelle, also in meiner Gemeinde, wird angehalten, keine Vollstreckungsmaßnahmen durchzuziehen, solange wie das Verfahren läuft. Und das ist die zweite gute Botschaft, die zeigt, dass es einen Sinn macht, zu klagen. Es macht einen Sinn an alle die, wie gesagt, die ebenfalls diesen Weg gegangen sind. Ihr könnt gerne auf meine Homepage raufgehen, www.macht-steuert-wissen.de. Dort ist der gesamte Plan auch hinten enthalten. Sendung SchrankTV und SchrankTV Talk und auch der Newsletter sind für euch kostenlos, für mich aber mit immensen Kosten verbunden. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir keine Mainstream-Werbung schalten. Das heißt, unsere Videos sind werbefrei. Und ich würde euch bitten, was in der letzten Zeit schon viele gemacht haben, weiterhin unsere, meine journalistische Tätigkeit zu unterstützen. Ihr wisst es, dass ihr besonders wichtig seid, dass wir immer mehr werden, weil nur gemeinsam sind wir stark. Und deswegen abonniert unseren Kanal, teilt es mit Freunden und Bekannten und denkt immer daran, nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle. Denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Euer Heiko Schrank. Bis demnächst. Vielen Dank an euch, dass ihr diesen Aufkleber, dass ihr dem gefolgt seid. GZ, ich zahle nicht und mir so viele Bilder von euch geschickt habt. Er ist an Fahrrädern dran, an Wohnungstüren mittlerweile, hat eine Frau auf YouTube hochgeladen, wo gerade der Gerichtsvollzieher kam, der Aufkleber an Autos und so weiter. Wichtig ist dabei, dass wir ein Zeichen setzen nach außen hin, dass wir immer größer werden in Gemeinschaft sind. Den findet ihr auf meiner Homepage unter www.macht-steuert-wissen.de. Seid mit dabei. Euer Heiko Schrank. Tschüss. Vielen Dank!